Moinsen ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Es ist Montag und ich habe somit schon wieder das Sonntagsvideo verkackt, aber halb so wild. Wir gehen gleich einmal schnell durchs Training durch und dann erzähle ich euch was zu meinen chronischen Knieschmerzen. Viel Spaß mit dem Video. Heute soll es einmal um das Training von der vergangenen Woche gehen. Ich habe allerdings den Deadlift Single am Sonntag, also gestern, beziehungsweise am Samstag, normalerweise traine ich samstags, ausgelassen, weil ich das ganze Wochenende über mit der Firma unterwegs war, viel unterwegs war, viel unter Menschen war, viel draußen war, mega Muskelkater hatte, weil wir klettern waren und deswegen mir gestern nicht zugemutet habe, einen schweren Deadlift Single zu machen. Einfach aufgrund der Ermüdung und ich keinen Bock habe, jetzt noch krank zu werden vom Wettkampf. Also mache ich den Dienstag. Das heißt, wir sehen nur ein paar Videos von Training letzter Woche, den Bench Single, den Squat Single und vielleicht noch ein bisschen anderen Stuff. Und danach erzähle ich euch was über mein Knie und was ich bei den chronischen Schmerzen tue. Bleibt dran! Yes! Das war der Bench Single. Single, das war der Squat Single, beides missgrooved. Perfekt halt. Ja, so sollte eine Vorbereitung eigentlich nicht laufen, glaube ich, aber halb so wild. Ich bin ein guter Ding, ich bin zuversichtlich und von daher wird es schon laufen. Kommen wir zu den Knieschmerzen, die begleiten mich mittlerweile seit Ende Juli, Anfang August. Und zwar ist es ab einem gewissen Beugewinkel an meinem linken Knie. Ja, das heißt, überschreitet mein Knie so einen gewissen Winkel, schmerzt es. Und zwar relativ genau mittig, ein Stück unterhalb der Kniescheibe. Und mein Physio war schon hier und hat sich das angeschaut. Ich habe schon so ein bisschen nachgelesen und versucht zu recherchieren. Also entweder geht es irgendwie in Richtung Patella oder in Richtung Kreuzband. Kreuzband würde bedeuten, einfach ein bisschen fehlende Stabilität seitens der Adduktoren. Patella würde einfach bedeuten, ein bisschen Überlastung. Generell vermute ich, es ist einfach eine Überlastung. So, und ich habe jetzt mit verschiedensten Leuten gesprochen. Die einzigen Menschen, die ich noch nicht gesprochen habe, sind Ärzte. Sinnvoll. Ne, aber am Ende des Tages glaube ich einfach, dass es eine gewisse Form der Überlastung ist. Ja, also die Schmerzen sind aufgetreten, nachdem ich mit Pascal auf Haiba, auf höheres Volumen und auf beugenden Heels umgestellt habe. Das hatten wir alles im Rahmen des Hypertrophie-Blocks gemacht. Und ja, deutlich mehr Volumen, deutlich mehr Knievorschub und auch einfach deutlich eine andere Position beim Squatten können natürlich dazu führen. Und deswegen behaupte ich jetzt, ist es einfach mal eine Überanstrengungs-, Überlastungsgeschichte. noch dazu kommt, ich habe eine ganze Weile schon kein Omega-3 mehr genommen. Nicht, dass es ein Wunderheilmittel ist, aber wenn einfach so ein bisschen, ja, so dieser Schmierstoff, sage ich mal, diese Schmierzeugs im Körper fehlt, die gewissen Fette fehlen, dann kann es natürlich auch sein. Ja, das ist ja schon nicht so ganz unerheblich. Ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, weil kann ich gar nicht, habe ich gar nicht genug Plan von. Aber ich denke, dass das was dazu beiträgt. Was lernen wir daraus? Ich habe jetzt Omega-3 wieder reingenommen seit ein paar Tagen. Ich hoffe mir davon, dass es davon ein bisschen besser wird. Und nach dem Insanity werde ich auch einfach mal zwei Wochen lang komplette Sportpause machen. Jedenfalls in der Theorie. Ob ich mir das selber antue, weiß ich noch nicht. Ich werde de facto einfach so ein bisschen weniger machen und auch einfach gucken, dass ich das Knie halt ein bisschen erholen und schonen kann. Ja, das heißt, ich gebe einen Fick auf die Knieschmerzen, wie schon seit mittlerweile sechs, sieben, acht Wochen oder so. Sollte man natürlich nicht unbedingt nachmachen. Aber ich glaube nicht, dass da irgendetwas wirklich passiert. Ja, und chronische Knieschmerzen was tun, ist natürlich einfach nur ein richtig sexy Clickbait-Titel. Ich lerne das YouTube-Game nochmal mit 32. 31, 31. Ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Also Vorbereitung läuft nicht wirklich optimal. Jedenfalls die Singles geben mir kein richtig gutes Gefühl. Aber ist mir egal. Schmerzen sind auch wie üblich da. Muss auch so sein. Läuft also alles perfekt. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace.